Jetzt geht's ab. Hallo und willkommen zurück beim Dettbausimulator. Ja, immer noch am schwarzen Eis abbauen. Schauen wir, was wir alles rauskriegen. Sie dürfen auf jeden Fall bauen, um die Schatzformatette zu bauen. Durch die Stahlverstärkungen durchlaufen und das Holz. Und dann dürfen wir nichts fallen. Dann können wir bauen wie der Weltmeister. Hier. Ich habe jetzt dann halt maximal Stufe erreicht. Beziehungsweise maximal Stufe. Aber halt, ich kann dann nichts mehr schweichern. Bald. Ach nicht. Vorbald. Bogenschütze, nein du nicht. Kellner, genau. Zum Schluss nehmen wir noch ein bisschen normales Eis mit. Aber jetzt gerade können wir mal nur Schwarzeis einpacken. Zumindest sind es zwei. Wo die Jungs, die Mädels. Ich bin nicht wohl da. Äh. Was auch sonst. Ja. An alle, die noch kein Abo da lassen haben. Lasst gerne ein Abo da. Einen Kommentar. Da haben wir auch. Super freuen. Ich kommuniziere gerne mit euch. Und natürlich ein Like. Das ist alles kostenlos. Das kostet euch keinen Pfennig. Und uns hilft es. Und das ist ein super Feedback. Und was wir so weiter tun sollen. Komm mal ein bisschen auf mit dem Schmarrn. Du bist fast voll. So jetzt bist du voll. Nein. Der nächste Kellner bitte. Da in dem Licht mit dem Weiß. Schaut es fast aus wie Sturmtrupple. Mal schauen, was es am Ort gibt für Sturmtruppuniform. Mh. Für die Mitte aus dem Wald. Ah. Ist da was. Könnte ich mir wieder spielen. Mh. Ein bisschen die dunkle Seite frönen. Schauen wir was da noch in den Gisterln ist. Schwarzes Eis. Vorher gesagt. Schwarzes Eis brauchen wir jetzt nicht. Eisen. Wir bauen aber noch alles am Golems. Was ich da oben habe. Beim Material. Wirklich nehmen wir mal mit. Ich weiß, wenn es unseren Geist aufgibt. Und da zwei Tärner. Was haben wir hier? Ja genau. Wah. Fisch Knopf. Ausweichen. 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 Ich bin der Frege über. Ah. Ich bin da auch nicht klassiertes Ei. Aha. Echt schlecht. Das werden wir uns auch nicht zwiebelten. Im Moment, da muss ich mir das anders abschlafen. brauchen wir nicht, brauchen wir, brauchen wir Preise nicht bauen. Entschuldigung, ein Huster da machen müssen. Hallo? Ne, was stimmt da jetzt schon wieder nicht? Das zeigt nicht immer automatisch. Da haben wir kein Eis, da haben wir Eis. Über uns haben wir einen Stopfen, einen Eisriesen. Das kann er gerne machen. Wenn er so lange laufen, wie er kann, weil Volkanen nicht mehr laufen. Wenn wir mit ihm fertig sind, braucht er einen Rollator. Also das reicht dann auf jeden Fall. Grünumbau definitiv. Ich glaube ich dann im Norden herum an möchte, den Kartografen bringen. Fertigen wir, müssen wir in den Vulkan. Das sind einzelne Orte entdecken. Passbar ein Lager am Plantechland. Kein Vulkan. Juristisch müssen wir bloß zum Eingang, oder? Daran habe ich noch schon gefunden. Ich bin ein Lager am Plantechland. Näh, na, das ist mir nicht mehr für ihn. Nein, das gibt es das kannst, um... Nein, das sind wir hier! links aber wieder schwarzes eis und mit dem katana zwischen die beinchen ich glaube das tut so weh also kurzfristig zumindest ist der schmerz noch los dann jetzt wieder ein mit der krexel dann hat sich ein gelner frei das andere klump und dann wenn wir im kanzler im kleinen ob sie Oder Raus? Naja, nehmen wir mal einen Kellner, bis wir im Frühmitte. Ob sie denn also einen Träger? Ja, schauen wir mal, was schon voll ist an der Bursche. Ein bisschen was geht noch. Jetzt was geht noch, wo ist der andere Kollege? Du sei genau, du kriegst einmal den Gelateradatsch da. Das kriegt der andere noch. Oben müssen wir normale Menschen töten. Das kriegst du auch nicht. Aber das kannst du mal tragen. Wenn du 42 gibst, magst du den nicht auch. Die 100 noch. So, jetzt sind wir voll. Da kann man kein Eis mehr erweilen. Sonst nichts, oder? Nö. Können wir da weitergehen? Nein, da ist der Endpass, oder? Also die Schmiedwache. Und da unten war doch auch noch irgendwas, oder? Und nicht der Eisdrache unten. Das ist ja schon so lange her. Jetzt müssen wir mal durch da bitte. Danke. Die macht sicher. Den Christoffer zeigt dir, dass das die Biesten. Und wo ist der Hundert sie? Der Hundert. Wo ist er? Den nehmen wir schon mit. Wo geht's der? Da rufe der Eisdrache unten. Ah, da können wir tauschen. Was ist er jetzt? Nee, da. Dann schmeißen wir die weg. Dann nehmen wir die Nei mit. Dann nehmen wir das Essen nicht mehr mit. Das ist gar nicht die Spunde. Ist das noch zu? Das müssen wir ja schon einen anderen umlegen, oder? Ah, da ist. Russpanzer, oder? Das ist aber eine Gelteisolierung. Oh, wenn das länger? Nein, so wie kann ich weiß ich schon. Ah. So, wie war es jetzt? Das glaube ich wieder. Das sieht aus. Oh, ich komme ohne, dass ich stirb. Wenden, aber glaube ich. Ja. Ich glaube wieder, anders kann ich klettern, oder? Ja. Vielleicht da oben auch was. Vielleicht da oben auch was. Ja. Das ist nichts. So, wie gehen wir jetzt da am besten runter, ohne dass wir sterben. Jetzt hat es mal ein bisschen Abstand, ja. Personal Space und so. Da glaube ich was ihm geschickt werden, oder? Ja. 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 Da war da was, oder? Da war jetzt vor dem Blödsinn da. Ich muss mich dann da langsam raufekraxeln. Da sind aber schwarze Eis. Schwarzes Eis. Warum sage ich mal schwarze Eis? Da ist er. Habe ich es durchgefasst. Das ist so jetzt Kämpfer, aber nicht auch beim Rumhopfer. Bogenschütze jetzt am besten. Der steht oben und schaut zu. Jetzt geht er zum Bogenschützen rauf, ja. So, weil ich kipps aber nicht mehr, meinem Freund. So weit kommst du leider nicht mehr. Und dann? Du hast nur Scheiß dabei. Ja. Und jetzt wenigstens noch. 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 Ja. Die Schwefel brauchen wir nicht mehr. Genau. Genau. Ja. Nur Küchen. Nein. Wann Dietrich hole ich dabei? Das ist das. Cool plundern. Schülfung. Da. Für die Mitchell, gell. Bälle. Deswegen der Beute braucht es ja nicht über Wuppe. Fußball. Es ist so gut. So gehkelt. Da ist es bis dann bis dann nix. Und das ist schon einmal eine große Freude. So, wie kann ich jetzt da wieder am Schick da rauf, ja, wieder da am Besser, oder? Ja, und hier läuft es einfach rauf, und ich muss da so mühsam raufkrackseln. Bei uns kann ich nichts aufhalten, wir kraxeln auch schon nur strax auf, nice and long rauf, ohne Eisbückel, ohne Eisschuhe, einfach da hin. So wert war es jetzt nicht, aber wir haben ihn erledigt. Habe ich eigentlich den Kopf gekriegt werden? Nö, ist ja klar. Dann hätten wir nur außen an die Halle da können. So, dann gehen wir da noch rechts, und dann am Schluss gehen wir in die Mitte, die Goldene. Hier wird zugefallen und die Katanas gefunden. Ich finde die Katanas jetzt geil, weil die einfach so schnell sind. Was ist der E.T.? Oh, jetzt wird er einen blutigen Wursch. Nö, wir können scheinern den Screenshot nicht. Man weiß, wenn man echt die Blume hat, wenn man Zeit hat zum Schauen, ob man Screenshot sich kriegt. Steht da an oder so saub wie den Eckerl? Aha, gris gepackt. Äh. Ich würde eigentlich bei Funk kommen. Der Todesurteilt werden. So, was hast du dabei? Entschuldigung. Oh, da ist ein Goldstein mit dabei. So, da muss ich mit dabei, die Mohnblut nehme ich nicht mehr. So, was gibt es da eigentlich? Gibt ja Haut. Na ja. Brauchen wir jetzt auch nicht, um einen Knut daheim. Die Mohnblut brauche ich auch nicht, habe ich auch zum Saufen daheim. Vielleicht brauchen wir auch nicht. Gold hat er dabei gehabt, das nehmen wir natürlich gerne mit. Gold kann man immer brauchen. Die gute Kompetenz haben wir bloß noch. Das geht auf den Öffi-Saver nicht, oder? Da haben wir ein bisschen ganz aufgelevelt. So, was haben wir da? Schwarze Klinge! Juhu, wieder kein Träner. 74, 71, 33. Ah. Aber, wir haben es jetzt ja gelernt. Was hast du? Na, du hast die da, die ist gut. Du hast auch die Löwenachst. Du hast einen Bogen. Und du hast das Schwert des Champions. Das ist auch gut. Na, dann kann ich es ja selber lernen. Dann tauschen wir die Klinge der sieben Wände aus. Ja, ja, ja. Schön. Gut. Ja, ja, ja. Schön. Mit Maximumcharakter ist es schon sehr leicht. Ich könnte jetzt natürlich die Prozentzahlen noch weiter runtertrauen, was mir schaden macht. Aber, na, jetzt können wir vielleicht mal wieder gegen den, gegen unseren Steinfreundkämpfer, der uns schon mal unsere damaligen Vier Besten gekostet hat. Wenn wir die Perl schon fertig haben, ist die letzte Aufgabe dann. Alle anderen Posse haben wir, glaube ich, schon mal gelegt. In der Staffel bloß der fährt uns noch. Oh, und du fährst uns noch. Aber du kommst jetzt nicht mehr. Was, die Scheiße? Die Rüstungen sind da, da haben wir auch was unsere Jungs sahen mittlerweile, gell. Brauchen wir uns nicht mehr, wo wir tun. Also, wenn wir uns nicht zu viel Schaden reinkommen, davor mal. Gibt nichts besonderes. Nein, also Nütz. Mal erstmal rumchecken, ob irgendwo was rumliegt. Bistenmäßig. Kleintafelmäßig. Prostschmilz, Spitzhacke aus schwarzem Eis. Wurfachs, bla bla bla. Bedönse. Wir haben noch kein einziges Werkzeug aus schwarzem Eis selber hergestellt. Schwarzem Eis selber hergestellt. Sagen wir uns jetzt alles Beutewaffenbesitzer. Höhe. Ich geh jetzt nicht auf den Lupfer. Echt jetzt. Den kann ich nicht erklettern. Warum nicht? Wenn man so gewünschte. Reist dann. War aber auch nicht schlecht. Und natürlich war, wo man auch sitzen kann. Entschuldigung. Entschuldigung. Man denken muss es sein. So, dann haben wir das, haben wir das, haben wir das. Dann haben wir da durch. Machen wir den auch. Ja. 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 Das sind die Vulkane Dinge, oder? Dann gehen wir da mal rumma dumma. Dann suchen wir uns den ersten Eingang, den wir finden in dem Vulkan. Dann gehen wir da mal rummen. Und wir lassen uns das komplett. Jaa! 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 Na, nekste bei. Na, nekste bei. Na, nekste bei. Ta, žiūrėtų. Būs į aseinį. Jau tenkia probleme. Sowas die Jau? A Mi? Mu? Waaig? Das ist eine Statue. Das Eingangstor, ein links, ein rechts. Etwas. Wow. Grafikpack. Ich bin durch den Stein geplitscht. We're gone. Ah, geh beruhe. Will ich doch gar nicht töten. Ist jetzt darum eine Eingang gewesen? Ich weiß nicht, ob eine Eisdrauche da oben war, oder? Irgendwo ist eine Eisdrauche. Nein, jetzt geh beruhe. Irgendwo war da noch eine Eisdrauche. Na, sagen wir jetzt da. Das Lager. Das haben wir schon. Nein, da oben ist noch irgendwas. Irgendwas war da oben. Wenn ich ein besseres Gedächtnis hätte. Ich hätte jetzt nicht sinnlos da aufgelaufen, für das, dass da noch da oben gar nichts ist. Ich dachte doch, irgendwas ist da oben. Ich bin fest davon überzeugt. Ach, jetzt kommt. Lauf auf, ich da jetzt. Also Spaß. Ich dachte, der könnte schon laufen. Dabei kann er noch gar nicht laufen. Der arme Bühr. Sag mal. Da hab ich mich ganz besaufen. Mal einen Schluck aus meiner Bulldosen trinken. Mal einen Schluck aus meiner Branche. Das ist das, oder? Auf. Da haben wir nicht ausversehend. Irgendwo durchlaufen, wo wir nicht durchlaufen sollen. Da habe ich durch eine grüne Wand. Ich glaube da rum ist gar keine Röde. Da ist die Berg natürliche Grenze. Da ist der Vulkan. Was ist denn das? Nix, oder? Nein. Nix. Au. Achtung, heiß. Gut, warm ich fürs. Man, schlecht bei dem wieder. Das ist doch der Vulkan. Das kann doch schon 10, das wäre super. Aber das zählt natürlich nicht. Das wäre jetzt einfach. Jetzt gehe ich auf, ich kraxel. Jetzt kann man da auch viel klettern. Oder brauchen wir den Ladebildschirm beim Durchgehen? Fragen über Fragen. Au. Es ist so, leh. Ja, wo was der in Suche ist, ist doch das gar nicht. Links rechts liegt nur noch Schnee, kann gar nicht so heiß sein. Ich werde jetzt schon gehen, wenn ich noch etwas raufhege. Nein. Es kostet bloß unnötig Zeit. Obwohl die Folge ist eh zu Ende. Dann kann ich probieren, falls ich noch überhaupt aphasen. Ohne, dass ich mich verbrenne. Ja. Das muss zurückgehen. Dann sage ich, danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Servus. ими pulse. Ich hab Bye. Bis dann.